Grüß dich und herzlich willkommen auf der Moped-Insel. Der Countdown läuft, heute ganz schnelles Video. Ausrüstungscheck, Elefantentreffen. Auf los geht's los! Los! Glorkisten, Popcase, Zelt, Unterlegsmatte im Zelt, Isomatte, Schlafsack, Innenschlafsack, sich jetzt aber ein Deckenschlafsack, Winterstiebel, Ersatzschuhe, Regenjacken, Winterhosen zum Herumrennen dort, damit man sich die Motorola-Hosen nicht dreckig und innig macht, sehr viele Jacken zum Herumrennen dort, Wintermotorradhosen, Wintermotoradjacke, Handschuhe, Glopapier, Sturmhagen, Griffstulpe 1, Griffstulpe 2, Triller, Fresskiste, Tankrucksack. Und das Wichtigste überhaupt, ein Sessel und eine Kopflampe. Was wir sonst damit haben, ist eine Schaufel und eine Kettensäge. Das teilen wir aber auf die Kollegen auf, damit nicht einer alles schleppen muss. Ansonsten selbst erklärend natürlich, stinknormales gar nicht zum Wechseln. Ich muss immer damit rechnen, dass es nass wird, damit man es wenigstens einmal umziehen kann, damit man trocken ist. Das war's ja schon wieder. Wir sehen uns, Freitag im Tumenswarn Solo. Ciao! Ciao!